Diese zur Miete angebotene gut gepflegte 3-Zimmer-Doppelhaushälfte befindet sich in Schkeuditz. Dieses 2-Etagen-Haus wurde im Jahr 1913 erbaut und 1995 saniert. Es wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über einen Außenparkplatz. Es hat ein Badezimmer und eine Gästetoilette. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 100 Quadratmetern bietet das Objekt eine Wohnfläche von 99 Quadratmetern. Die monatliche Gesamtmiete des Gebäudes beläuft sich auf 845 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Das ist eine gute Bauchung. Das ist eine gute Bauchung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.